Hallo zusammen! Gibt es etwas Besseres als hausgemachte, frisch gebackene Kekse? In diesem Rezept zeige ich dir, wie du die kleine Igelweihnachtsplätzchen ganz einfach zubereitest. Es ist schnell, nicht schwer und unglaublich lecker. In einer Schüssel Butter, Vanillezucker und Puderzucker geben und alles gut vermischen. Dazu noch ein Ei und Prisse Salz hinzufügen. Mehl mit Backpulver mischen, durch das Mehlsieb dazufügen und kneten es zu einem festigen Teig. Und für 20 Minuten kühl stellen. Mit den Händen ca. 20 kleine Kugeln aus dem Teig rollen. Und mit den Fingern eine kleine Spitze als Schnauze der Igel formen. Kekse bei 180 Grad 20 Minuten backen. Die Schokolade schmelzen, dazu noch ein Teelöffel Pflanzenöl geben. Die Igel mit der Kugelseite in die Schokolade tauchen oder mit Pinsel bestreichen. Und anschließend die Kakosraspel auftragen. Dann mit Schokoladeaugen und Nase daraus spitzen und trocken lassen. Und das war's. Guten Appetit!